Köln am Hof Herzzeit, es stehen die Geträumten für die Mitternachtsziffer. Einiges sprach in die Stille, einiges schwieg, Einiges ging seiner Wege. Verbannt und verloren waren daheim. Ihr Dome Ihr Dome ungesehen, ihr Ströme unbelauscht, Ihr Uhren tief in uns. Dieses Gedicht begegnete mir zum ersten Mal in der Kölner Stadtbibliothek als Metalltafel an einer Säule. Vor dieser blieb ich stehen, bis ich es auswendig konnte. Warum eigentlich? Ganz herschließbar erschien es mir nicht, aber es hat halt einen magischen Klang. Weil man heute mehr über die Hintergründe weiß, lohnt es sich, zweimal daran zu gehen. Der erste Durchgang soll uns in einen Verstehenshorizont zurückversetzen, der dem aus der Zeit der ersten Veröffentlichung entspricht. Herzzeit. So viel kann man sagen. Wenn es eine Herzzeit gibt, gibt es auch eine solche, die es nicht ist. Also muss Herzzeit eine Zeit sein, in der Gefühle füreinander eine große Bedeutung haben. Es stehen die Geträumten für die Mitternachtsziffer. Diese Erwähnung der Mitternachtsziffer, der Zwölf, scheint auch das Geschehen in die Mitte der Nacht zu legen. In welchem Sinne aber Geträumte für die Zwölf stehen sollen, sie repräsentierend oder gar ersetzend, erscheint vollkommen rätselhaft. Einiges sprach in die Stille, einiges schwieg, einiges ging seiner Wege. Dies wirkt wie die Wahrnehmung aus einem Zimmer heraus, wenn man vom spärlichen Leben nachts auf der Straße etwas mitbekommt, aber niemanden sieht. Verbannt und verloren waren daheim. Worauf auch immer hier angespielt wird, verbannt sein, sich verloren fühlen, ist eine Erfahrung, die man aus dem Zweiten Weltkrieg mitbringt, besonders als Jude. Ihr Dome. Es war wohl dieser mächtige Glockenschlag, der dieses Gedicht für mich so unwiderstehlich machte. Ihr Dome ungesehen, ihr Ströme unbelauscht. Selbstverständlich wird auf den Kölner Dom und auf den Rhein angespielt. Warum aber Mehrzahl Dome und Ströme? Wir haben insgesamt den Eindruck, dass da jemand tief in der Nacht in einem Zimmer im Herzen von Köln liegt, die Stadt so halbbewusst wahrnimmt, aber Dom und Strom gewissermaßen nur deswegen spürt, weil er weiß, dass sie da sind. Und so stehen sie auch stellvertretend für all die Mächtigkeiten, die außerhalb dieses kleinen Zimmers in Köln liegen, mächtiges Wirken, das einen in irgendeiner Form betrifft. Ihr Uhren tief in uns. Natürlich muß man an Uhren in uns denken, die unsere Lebenszeit bemessen, aber vor allem, was für ein machtvolles Spiel mit einem stabreimhaften U, das Ströme und Dome gleich mit den Uhren tief in uns versenkt. Wie anders liest sich das Gedicht, seit die Liebesgeschichte zwischen Paul Celan und Ingeborg Bachmann bekannt ist und der entsprechende Briefwechsel veröffentlicht? Unter der Adresse Köln am Hof fand eine Wiederbegegnung zwischen den beiden statt, wohl eine Liebesnacht, die beide noch einmal tief erschütterte. Herzzeit Die Herzzeit ist die Zeit auch im Sinne einer Befristung für dieses Gefühl, das beide füreinander empfinden, naheliegend, dass der Briefwechsel unter diesem Titel herausgegeben wurde. Es stehen die Geträumten für die Mitternachtsziffer. Ingeborg Bachmann identifizierte sich und Celan in einem Brief, der auf das Gedicht reagiert, als die Geträumten, offenbar etwas, für das es in echtem Leben keinen Raum gibt. Entsprechend wählte man für den Spielfilm, der auf dem Briefwechsel beruht, auch diesen Titel. Deutlicher wird die Mitternachtsziffer aber auch jetzt nicht, als dass sie uns an ein Geschehen in der Nacht denken lässt. Einiges sprach in die Stille, einiges schwieg, einiges ging seiner Wege. Man ist nun geneigt anzunehmen, dass sich diese Wahrnehmung auf das Geschehen im Zimmer bezieht und die Art des Austausches miteinander meint, in seinen begrenzten Möglichkeiten sich ganz einander anzuvertrauen. Und es klingt ein Bewusstsein dafür an, dass es nie einen vollständig gemeinsamen Weg miteinander geben kann. Verband und Verloren waren daheim Verband ist der Jude Celan. Unerreichbar seine Herkunft, die Bokuvina, in Rumänien. Verloren ist Bachmann, die von ihrer Herkunft aus einem Nazi-Elternhaus in Österreich entfremdet ist. Aber aneinander finden sie Heimat. Ihr Dome Dieser Glockenschlag ist jetzt auch Ausdruck für die überwältigende Wucht, die in der Wiederbegegnung liegt. Ihr Dome ungesehen, ihr Ströme unbelauscht, ihr Uhren tief in uns Hat das Wissen um den Anlaß des Gedichtes sein Verständnis sehr verändert? Dass es Mächtigkeit des Lebens vor allem angesichts seiner Befristung darstellt, war auch ohne dies deutlich. Vielleicht war es darin, dass man sich zuvor einen geheimnisvollen Anlaß denken mußte, fast noch magischer. Während bei anderen Dichtern Verschlossenheit abstößt, wirkt sie bei Celan anziehend aufgrund einer Sprache, die alltägliche Dinge, wie hier zum Beispiel die Uhren, geradezu in Ritualobjekte verwandelt. Manchmal denke ich, ich will Celan gar nicht verstehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.